Ich wollte wissen, warum lebst du eigentlich? Und da setzte das auf einmal ein. Auf einmal so ein Gefühl von wie es schwebt, es fühlte sich herrlich an. Ich dachte, das ist es, das ist die Erleuchtung. Und ich habe mich auf den Geist, den wir beide in dem Raum spürten, eingelassen. Und auf einmal, ich saß ganz ruhig da, ging eine laute Stimme in mir los, die da sagte. Ja, mein Name ist Martin Gamphaus. Ich bin Holländer, deswegen dieser Eulklang. Meine Eltern haben keine Religion gehabt. Ich habe keine Konfirmation oder Taufe oder irgendetwas in dieser Richtung erfahren. Doch hatte ich irgendwie so Fragen nach dem Sinn meines Lebens. Ich war irgendwie von innen ein Suchender. Ich suchte, aber ich wusste nicht genau, wonach. Aber ich wollte wissen, warum lebst du eigentlich? Und so suchte ich von da an irgendwie auch nach weiterführenden Zielen, nach religiösen Zielen. Außerdem hat ein Nachbarsmädchen in dem Ort, wo ich herkam, mir dann erzählt, sie war so ein Buddhistin geworden, dass sie in Indien Tibete kennengelernt hatte und diese Tibeter hatten so etwas ganz Faszinierendes an sich. Und dann hat sie mich da irgendwie neugierig gemacht. Aber ich wollte natürlich mehr wissen, was ist Buddhismus? Was sind die Ziele? Und so bin ich ganz gezielt zu einem Ort gereist. Das war in Nepal. Und in diesem Kloster trafen sich in etwa 150 westliche Leute. Und das dauerte einen ganzen Monat. Wir mussten alles abgeben. Alle Kontakte mussten abgebrochen werden. Und so musste man sich ganz und gar zurückziehen in diese Reträte, in diese Lehranstalt. Und da kam dann der Lama hinein, hat jeden Tag seine Sprüche gesagt. Und am Anfang dachte ich, was erzählt dann der? Das ist eben Quatsch. Also ich konnte gar nicht damit anfangen. Das macht da überhaupt keinen Sinn. Aber er sagte, ihr westliche Leute, ihr seid alle so unruhig. Ihr müsst erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ihr müsst überhaupt euer Verstand an den Nagel hangen. Denn der Verstand steht im Wege. Wenn ihr zu viel nachdenkt und analysiert, dann werdet ihr nie erleuchtet werden können. Denn die Erleuchtung sei ein herrlicher Zustand, so beschrieb er. Das Allerwichtigste war, ich solle meditieren. Ich solle mich hinsetzen. Ich solle nicht meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration zu sehr fixieren. Ich sollte meine Seele etwa ergehen lassen. So ganz ruhig und entspannt. Und dann würde vielleicht dieser Zustand eines Tages kommen. Und so übte ich 15, 15 Tage. Allmählich konnte ich ein bisschen länger still sitzen bleiben. Und da setzte das auf einmal ein. Auf einmal so ein Gefühl von wie es schweben. Es fühlte sich herrlich an. Ich dachte, das ist es. Das ist die Erleuchtung. Aber alsbald ging das wieder weg. Aber ich dachte, das ist wertvoll. Du musst nun alles daran setzen, diese Erfahrung nur nachzustreben. Dass du versuchst, durch Meditation andauernd in so einer Art Schwebegefühl, in so einer Erleuchtungserfahrung zu bleiben. Das war eben das Ziel. Die Erleuchtung sollte immer während sein. Der Lama hat immer erzählt, was dann wichtig wäre und was nicht wichtig wäre. Aber allmählich war es, wie wenn ich mich auf ihn eintunte. Es war, wie wenn ich auf einmal alles, was er sagte, jedem Quatsch total gut fand. Und lachte und fröhlich war, wie er auch manche Witz machte. Und ja, da war ich wirklich drin. Und so waren wir alle am Ende von einem Monat in der Gelegenheit gestellt, dass wir unser Leben dem Buddhismus weihen konnten. Das geschah in einem Ritual, wo wir zum Ausdruck bringen konnten, dass wir unsere Zuflucht nehmen würden, eben in Buddha. Und so wurde ich dann Buddhist und habe mein Leben versucht, nach dieser Richtung auszuleben. Wir durften von dem Altar, worüber wir allen auch gebetet hatten oder Mantren gesagt hatten, da durften wir von essen. Nachdem wir das gegessen hatten, kam in mir so eine Art Ekstase. Wir sind hinausgegangen in die Stadt, damals Kathmandu. Und es war, wie wenn ich mich vor jedem Götzentempel, ich sage heute Götzen, damals waren für mich lebendige Götter, anbetend, niedergeworfen. Und ich war so in anderen Sphären. Ich war tatsächlich in Sphären von Wesenheiten, die hinter diese Götzenfiguren stecken. Und das hat mich damals beflügelt, weiterzumachen. Und nach diesen acht Monaten war auch mein Visum zu Ende. Ich musste zurück und bin dann zurückgereist, wieder nach Holland und war in ganz anderer Sphäre. Ich habe mich jeden Moment zurückgezogen und meditiert. Als ein Freund kam, dann habe ich den gelassen. Er hat dann mit meinen Eltern gesprochen und ich habe meditiert. Und meine Eltern dachten, der ist nun ganz und gar weg. Ich habe in der Zwischenzeit viele andere Therapieformen ausgeübt. Ich kam in Kontakt mit New Age. Ich merkte, die New Age-Therapien sind eine moderne westliche Form, wodrin ich den Buddhismus zum Ausdruck bringen kann als westliche Person. Denn das schien mir wichtig zu sein. Nun, während ich das alles machte, habe ich noch eine zweite Reise nach Indien gemacht. Wiederum eine längere Zeit meditierend. Das war auch eine Verpflichtung. In dieser Verpflichtung hieß es, einen Monat meditieren und 200.000 Mantren sagen. Und am Ende von diesem Monat bin ich nach Dharamsala, das ist der Ort, wo der Daya Lama heute noch lebt, im Norden von Indien aufgesucht und habe angefragt, ob ich nicht eine persönliche Audienz bei dem Daya Lama haben könnte. Ja, das war möglich. Nun habe ich mich da tatsächlich darauf vorbereitet und für mich war es eine enorme Sache. Für mich war der Daya Lama wie eine Gottheit oder wie Gott. Und ich war total aufgeregt, als ich dorthin ging. Ich habe da für meine Freundin, ich habe damals eine buddhistische Freundin, eine Holländerin gehabt, die hat viel Not und viel Krankheit gehabt, habe ich ein Bittgebet an den Daya Lama gestellt, ob er sie nicht heilen könne. Nun, ich habe ihm das vorgetragen. Aber ich war dann enttäuscht, dass er sagte, du musst noch mehr Praktiken machen, du musst noch mehr Mantren sagen, du musst noch mehr meditieren und dann wird vielleicht eine Freundin geheilt. Ich dachte, er kann doch ein Machtwort sprechen, dann ist doch gut. Nun, ich bin weitergereist, habe eines Tages ein Schiff gekauft und im Bauch des Schiffes waren Räumlichkeiten. Ich habe dort New Age Therapie praktiziert, denn inzwischen hatte ich auch eine Ausbildung in New Age Therapie. Und in dieser Zeit hatten wir ein Treffen mit verschiedenen anderen von der Ausbildung, oft mit einer deutschen Gruppe. Und in dieser Gruppe war die Elke, meine jetzige Frau. Nun, ich habe sie gesehen, sie hat mich gesehen, wir waren sofort verliebt und wir haben zusammen gefrühstückt. Auf einmal kamen Leute auf dem Schiff gerannt, wir hörten das Bumm, Bumm, Bumm und ich schaute nach draussen und siehe da, das Schiff brannte. Der ganze Innenbereich des Schiffes war ausgebrannt. Der Feuerwehr war sehr schnell gekommen, hat es gelöscht, aber wir konnten nun nicht mehr arbeiten. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, aber wir haben es als Anlass genommen. Vom Versicherungsgeld haben wir das Schiff wieder aufgebaut, es verkauft und von dem bisschen übrigen Geld haben wir gesagt, wir machen eine Weltreise. Und so reisten wir natürlich als erstes nach Indien. Dort wollte ich meinen Guru, meinen Lehrmeister besuchen. Der war inzwischen gestorben. Aber es war so, dass der alte Meister, das heißt der Körper des alten Meisters, auch noch da war. Sie hatten diesen Körper einbalsamiert, in einem Raum des Hauses platziert und man konnte da hingehen. Das haben wir beide gemacht. Wir haben davor gesessen, ich habe meditiert und ich habe mich auf den Geist, den wir beide in dem Raum spürten, eingelassen. Und auf einmal, ich saß ganz ruhig da, ging eine laute Stimme in mir los, die da sagte, gehe deinen eigenen Weg. Was meint er? Ich bin ein guter Buddhist und ich will diesen Weg des Buddhismus weitergehen. Aber vielleicht dachte ich, habe ich zu sehr versucht, als Holländer, eine tibetische Art und Weise des Buddhismus zu leben. Und so haben wir den Ort verlassen und schon etwas losgelöst von dem Buddhismus sind wir weitergereist. Und es war so, dass Elke, als sie damals auf dem Schiff war, schon in einem Traum ein Bild gesehen hatte und da hat eine Stimme in einem Traumbild ihr gesagt, dort in Australien, sie sah den Kontinent Australien, wirst du in deinem Herzen kommen. Und das war überhaupt der Grund, weswegen wir nach Australien reisten. Und so kamen wir dort an und eines Tages haben wir getrennt. Nun, weil wir einen Freund besuchen wollten, der wohnte mitten im Urwald, nahm also einen jungen Mann mit und er war sehr, sehr gut gelangt. Wir haben ihn gefragt, ja, hast du vielleicht irgendetwas geraucht? Nein, sagte er, seine gute Laune käme von seiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Sagten wir, interessant, es gibt viele Wege nach Rom. Dann hat er uns gefragt, was macht ihr so beruflich? Wir sagten, wir sind alternative Psychotherapeuten. Da meinte er, wollte man was echt Alternatives erleben? Ja, sagten wir, wollten wir. Wir waren immer in für was Neues. Und dann sagte er, dann müsst ihr mit mir am Sonntag zu meiner Kirche mitkommen. Ich dachte, das kann man nicht wahr sein. So was langweilig ist. Zur Kirche gehen. Aber weil er so gut drauf war, haben wir uns darauf eingelassen. Am Sonntag kam er zu unserem Backpacker-Hostel, wo wir verblieben, holte uns ab, war noch immer gut gelaunt. Und er nahm uns dann mit, nicht zu einer Kirche, sondern zu einer Art Schulgebäude. Und als dann dieser Gottesdienst in diesem Schulgebäude anfing, fingen die Leute an zu beten und zu loben, zu preisen, wie wenn Gott wirklich da wäre. Das war uns komplett neu. Wir dachten, diese Menschen meinen es ernst. Sie meinen, es gibt wirklich einen Gott. Nun, nach dem Gottesdienst kam eine Frau direkt zu Elke, fragte, hey, wie heißt du? Woher kommst du? Und darf ich mit ihr beten? Elke, etwas skeptisch, sie dachte, das ist bestimmt eine Sekte hier, hat sich dann zu mir gewandt und gesagt, Martin, die Frau will da beten, was sollen wir machen? Normalerweise würde ich immer Nein sagen. Aber diesmal habe ich spontan gesagt, ja, machen wir. Ich komme mit. Und so haben wir uns darauf eingelassen, wir sind nach draußen gegangen, die Leute haben noch Kaffee und Tee getrunken. Und dann hat diese, Frau noch den Pastor dazu geholt und schon fingen sie an, mit der Elke zu beten. Mit einem Ohr habe ich so zugeschaut. Und als ich dann sah, dass während diesem Gebet sie total angesprochen war, in Tränen, dann auf diese Frage hin, ob sie Jesus in ihr Leben aufnehmen wollte, ja, sagte, dachte ich, wunderbar. Jetzt ist Elke bestimmt eine echte Christin geworden und ich, einen echten Buddhisten, das passt gut zusammen. Hauptsache echt, dachte ich damals. Die Frau aber hat sich sofort zu mir umgewandt und fragte, darf ich auch mit dir beten? Ich sagte, ja, warum nicht? Ich wollte mal die Wirkung eines christlichen Gebetes erfahren. Als sie dann anfing zu beten und auch der Pastor betete, fand ich das prima. Sie schlug vor, ich könne ihr ein Gebet nachsprechen und ich habe gesagt, warum nicht? Dann sagte sie, während ich dann meine Augen schloss und sie betete, als erstes, ich solle alle meine anderen Religionen abschwören. Ja, so stark sagte sie. Mein erster Gedanke war, das mache ich nicht. Wie kann sie überhaupt? Ich bin ein guter Buddhist. Ich tue doch nicht mal ein Flieger etwas weh. Und nun soll ich diese gute Religion einfach so mal loslassen. Das geht doch gar nicht. Ich wollte also schon Nein sagen, als mir an dieser Stelle ein Wort des Buddha einfiel. Der Buddha hat mal gesagt, dass wenn dir jemand etwas Wichtiges sagt oder lehrt, dann prüfe du selbst. So fing ich an, nach buddhistischer Art und Weise zu prüfen. Ich ging in mir und spürte da, ob es sich gut anfühlte. In mir merkte ich allerdings, war ein enormer Widerstand, eine Art religiöses Stolz. Ich war in Rebellion, ich wollte das nicht. Aber außerhalb von mir merkte ich da, dass diesen Jesus, und ich wusste nur, dass es Jesus war, weil die Frau zu Jesus betete, dass diesen Jesus schlicht da war. und ich stellte fest, dass er außerhalb von mir größer war, klarer war und wahrer war als meine Religion in mir. Als ich das feststellte, dachte ich, Martin, was machst du jetzt? Es fing ein ganz intensiver, ein ganz heftiger Kampf an, wo ich abwog. Und am Ende von, eine relativ kurze Zeit, aber für mein Gefühl, für mein Empfinden, war es enorm lang. habe ich dann gesagt, Martin, wenn du ehrlich sein willst, dann müsstest du dich jetzt für den Größeren, den Klareren und den Wahreren entscheiden. Und habe dann ganz zaghaft gesagt, okay, ich lasse alle meine anderen Religionen los. Fast hoffte ich, dass niemand das hören würde. So stolz war ich auf meine Religion. Aber es war ein Gebet zu Gott. Es war ein Gebet zu Jesus Christus. Und er die Ohren gemacht, sollte er nicht hören. Er hatte gehört. Es war so, wie wenn auf einmal die Welt, sprich, auch die unsichtbare Welt, und ich hatte mich ja durch meine buddhistische Praktiken enorm für diese Welt geöffnet, dass diese unsichtbare Welt ihr Griff auf mich verloren hatte. Auf einmal war Freiheit da. eine Liebe, eine Freude, die war ungekannt. Ich wusste, es ist etwas ganz, ganz anderes da. Und als diese Frau dann sagte, jetzt hat euch Jesus aus dieser Welt zu sich genommen, dann wussten wir, ja, da ist was dran. Ich erinnerte mich an mein Lebensziel. Als Buddhist strebte ich ja nach Erleuchtung. und ich wusste auf einmal, jetzt hast du das, was du suchtest, erlangt. Jetzt ist das Licht der Erleuchtung in Form der Person Jesu Christi schlicht auf dich zugekommen und hat Wohnung bei dir genommen. Es heißt ja, und das habe ich erst später dann kennengelernt, dass Jesus von sich aus sagte, ich bin das Licht der Welt. Vertraue und glaube,